Servus, wir von Escalab haben uns die Aufgabe gemacht, die beste Mountainbike-Hose der Welt zu machen, die auch den harten Anforderungen im Gebirge und auf dem Trail gerecht wird. Da wäre jetzt die Wono X rausgekommen, da haben wir nur die besten Materialien verwendet und die will ich euch jetzt mal zeigen. Bei der Wono X haben wir, wie gesagt, nur die besten Materialien verwendet und haben Material gefunden, das sich eigentlich anfühlt wie Baumwolle, aber absolut wasserabweisend, schmutzabweisend und schnell trocknend ist. Der Forebase-Stretch, der fühlt sich an wie eine zweite Haut und das müsst ihr einfach ausprobieren. Bei den Reißverschlüssen von den Hosentaschen haben wir absolut wasserdichte Reißverschlüsse verwendet von der Firma YKK. Am Hüftbund haben wir ein Silikonband eingepflegt, das ringsherum geht, das heißt, du hast auch maximale Kontaktfläche an der Hüfte, damit auch bei langen Trail-Up-Fahrten die Hose an ihrem Platz bleibt. Laserperforierte Lüftungslöcher an den zinnvollen Stellen sorgen für eine absolut geniale Belüftung. Damit wir von Escolab natürlich auch unseren Gesundheitsaspekt mit einbringen, haben wir für die rechte Hosentasche, da wo auch immer das Handy sich befindet, ein Elektrosmog-reduzierendes Material hergenommen, damit die Handystrahlung nicht direkt ans Genital geht. Wie bereits erwähnt, ist es unsere Mountainbike-Hose für den Bereich die Performance & Gravity, eignet sich aber selbstverständlich auch für alle anderen Einsatzbereiche auf dem Fahrrad oder auch mal zu Fuß auf dem Berg. Damit auch jeder seine passende Größe findet, haben wir die Hose in XS bis 3XL gemacht und ist dementsprechend so erhältlich. Wenn ihr weitere Informationen zu der Hose erfahren wollt, besucht auch gerne unsere Homepage. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unten. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir versuchen euch die zu beantworten und lasst dem Video gerne einen Daumen da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.